Hast du es auch satt, deine kostbare Zeit mit ineffizienten Werkzeugen zu verschwenden? Mit Werkzeugen, die dich im Stich lassen, dich ausbremsen und dich von deinen Zielen abhalten? Du kennst den Ärger, wenn du dich mit einem stumpfen Werkzeug durch hartes Holz quälen musst. Jeder Schnitt wird zu Tortur und das Gefühl vom Fortschritt verwandelt sich in Frustration. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Akkusäbelsägen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Sägen bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Polytheo 12V Akkusäbelsäge. Bist du es leid, dich mit umständlichen Sägen abzumühen, dann ist die Polytheo 12V Akkusäbelsäge die Lösung für dich. Diese Säbelsäge ist nicht nur leicht und handlich, sondern bietet dir auch die Freiheit, selbst in schwer zugänglichen Bereichen präzise zu schneiden. Mit ihrer variablen Geschwindigkeit von 0 bis 2700 Umdrehungen die Minute passt sich die Polytheo Säbelsäge perfekt an deine Bedürfnisse an und ermöglicht dir schnelle und präzise Schnitte. Kein lästiges Werkzeugwechsel mehr. Das werkzeuglose Klingenwechselsystem sorgt dafür, dass du problemlos zwischen verschiedenen Klingeln wechseln kannst. Holz, Metall, du hast die Wahl. Die Klemmbacke dieser Säbelsäge bietet dir maximale Sicherheit und Kontrolle beim Arbeiten, während der ergonomische Softgrip dir ein angenehmes Handling ermöglicht, selbst bei langen Projekten. Das integrierte LED-Arbeitslicht sorgt dafür, dass du immer den perfekten Blick auf dein Werkstück hast, selbst in dunkler Umgebung. Mit den wiederaufladbaren 2Ah Lithium-Ionen-Akkus und dem schnellen Ladegerät gehören Unterbrechungen deines Projekts der Vergangenheit an. Du kannst dich voll und ganz auf deine Arbeit konzentrieren. Erlebe das mühelose Schneiden mit der Polytheo 12V Akkusäbelsäge und bringe deine Projekte auf das nächste Level. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Akkusäbelsäge auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Hi-Chica 18V Akkusäbelsäge. Entdecke die Hi-Chica 18V, dein unverzichtbarer Begleiter für kraftvolles und präzises Schneiden. Mit zwei mitgelieferten 2Ah Akkus und einem praktischen Schnellladegerät vergisst du leere Batterien und kannst immer volle Power entfalten. Und das Beste daran, der Akku ist innerhalb kürzester Zeit nur eine Stunde voll aufgeladen. Tauche ein in die Welt der Vielseitigkeit mit der variablen Geschwindigkeitsanpassung von 0 bis 2800 Umdrehungen die Minute. Egal welches Material du schneiden möchtest, die Säbelsäge passt sich perfekt an. Von schnellen Schnitten bis hin zu präzisen Arbeiten. Die Säge erledigt jede Aufgabe mit Bravour und dank der einstellbaren Schnitttiefe und der Drehfüße für verschiedene Anwendungsbereiche bist du immer flexibel und kannst dich auf beste Ergebnisse verlassen. Spare Zeit und Energie mit dem praktischen Schnellspanner für Sägeblätter und den vier mitgelieferten Klingen. Kein lästiges Werkzeugwechsel mehr. Einfach das Sägeblatt einspannen und loslegen. Holz oder Metall? Kein Problem. Die Hi-Chica 18V Säbelsäge bietet dir die passende Klinge für jede Herausforderung. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewollte Unfälle und die integrierte LED-Leuchte sorgt für beste Sichtverhältnisse, sogar in dunklen Umgebungen. Der ergonomische Griff aus weichem Gummi bietet dir einen rutschfesten und stoßdämpfenden Halt. Mit der Hi-Chica erlebst du nicht nur eine unvergleichliche Leistung und Präzision, sondern auch ein Gefühl von Stolz und Zufriedenheit bei jedem Projekt. Verwirkliche deine handwerklichen Ideen effizient und erreiche perfekte Ergebnisse. Lass dich von der Qualität und Zuverlässigkeit dieser Säbelsäge überzeugen und revolutioniere dein Schneideerlebnis. Alle weiteren Infos zu dieser Akku-Säbelsäge kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, die Bosch Akku-Säbelsäge Advanced Recipe 18 vorstellen. Du träumst von beeindruckenden Projekten und großartigen Ergebnissen? Die Bosch Akku-Säbelsäge Advanced Recipe 18 ist das unverzichtbare Werkzeug, das dir dabei hilft, deine Vision zu verwirklichen. Mit ihrer beeindruckenden Leistung und ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten steht diese Säbelsäge an deiner Seite, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen zu meistern. Egal ob du Holz, Metall oder andere Materialien bearbeiten möchtest, die Advanced Recipe liefert professionelle Ergebnisse, auf die du stolz sein kannst. Was sie so besonders macht? Ihre einfache Handhabung und präzise Kontrolle. Dank ihrer geringen Vibration und dem Soft-Drip-Griff kannst du die Säge mühelos führen und hast immer die volle Kontrolle über dein Projekt. Die reduzierten Vibrationen im Vergleich zum Vorgängermodell machen die Bedienung deutlich angenehmer und komfortabler. Ein weiterer Pluspunkt, der Sägeblattwechsel wird zum Kinderspiel. Dank des innovativen SDS-Sägeblattwechsels kannst du das Sägeblatt schnell und einfach austauschen und so nahtlos von einer Aufgabe zur nächsten übergehen. Keine Zeitverschwendung, kein Frust, nur effizientes Arbeiten. Die Bosch Akku Säbelsäge Advanced Recipe 18 bringt dich nicht nur näher an deine Ziele, sondern vermittelt dir auch ein Gefühl vor Meisterschaft. Spüre die Leidenschaft und den Stolz, wenn du deine Projekte erfolgreich abschließt. Wage es, deine Grenzen zu überschreiten und erwecke deine Kreativität zum Leben. Lass dich von der Qualität und Zuverlässigkeit dieses hochwertigen Werkzeugs überzeugen. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Akku Säbelsäge. Vielen Dank.